Bei einem Brand in der Atomanlage Natans im Iran sind offenbar doch größere Schäden entstanden. Die iranische Atomenergiebehörde teilte mit, es seien diverse Geräte beschädigt oder komplett zerstört worden. Der Vorfall am vergangenen Donnerstag habe keine Auswirkungen auf die Arbeit in der Uran-Anreicherungsanlage gehabt. Die weitere Herstellung von Zentrifugen könne sich aber verlangsamen. Radioaktives Material ist nach offiziellen Angaben nicht ausgetreten. Radioaktives Material